Heute zeige ich euch, wie man Rührei macht. Eigentlich relativ einfach, aber es gibt doch zwei, drei Kniffe, die man wissen muss, damit es einfach noch leckerer wird. Wir brauchen dazu nicht viel. Wir brauchen erst mal Eier. Dafür nehme ich hier die Eier, schlage sie in eine Schale. Die würze ich dann direkt mit Salz und Pfeffer. Und auch direkt ein bisschen Muskat. Dabei ist es natürlich schöner, wenn ihr frische Muskatnuss nehmt. Die hat ein wesentlich schöneres Aroma, als wenn ihr jetzt das Muskatpulver nehmt, was es auch zu kaufen gibt. So, dann verquirlen wir das Ganze mit einer Gabel oder eben mit einem Schneebesen, wie ihr das lieber mögt. Bis alles schön eine Masse ergibt. Das Eis fertig verquirlt. Wenn ihr seht, dass da Bläschen aufsteigen und wenn es eben eine Masse ist. Als nächstes mache ich die Pfanne an. Ich versuche das alles nicht auf mega großer Hitze zu kochen, sondern lieber auf mittlerer Hitze. Das reicht vollkommen aus. Dann nehme ich Butter und tue die in die Pfanne. Ihr könnt aber auch Öl, also Rapsöl oder ein anderes Fett, Sonnenblumenöl oder irgendwas nehmen. Aber ich finde, Butter schmeckt einfach besser. Auch wenn die so ein bisschen braun würde. Das gibt noch mehr Geschmacksstoffe und ja, schmeckt gut. Wenn ihr noch andere Komponenten reinmachen wollt, wie Frühlingslauch oder wie Tomaten oder Zwiebelchen oder sowas, dann müsst ihr die immer vorher in die Pfanne tun, bevor ihr das Ei rein tut. Also wenn die Butter rutzelt, dann die Komponenten rein tun, ein bisschen mitschwitzen lassen, damit die schon ein bisschen gar ziehen. Weil so rohe Zwiebeln nachher im Rührei schmecken nicht so gut. Und das Ei zieht so schnell an, so schnell fertig, da haben die Komponenten gar keine Zeit, um richtig warm zu werden und gar zu werden. So dann. Ei in die Pfanne. So und jetzt fange ich auch nicht immer direkt an zu rühren, sondern lass es erstmal ein bisschen anstocken am Boden. Keine Angst, wenn ihr eine gute, beschichtete Pfanne habt, dann brennt das auch nicht an. Also kurz anstocken lassen. Von außen schön das Ei nach innen ziehen. Wieder kurz warten und stocken lassen. Dabei ist auch wichtig, dass ihr das Ei nicht komplett fest werden lasst. Es kann ruhig noch so ein bisschen schlotzig sein, denn wenn ihr es dann auch bis jetzt auf den Teller tut, aus der Pfanne, ist das Ei noch heiß genug und zieht immer noch ein bisschen an. Dann habt ihr nachher ein Rührei, was viel zu trocken auf dem Teller ist. Deswegen lieber ein bisschen schlotziger lassen und dann auf den Teller tun. Das wird noch wieder von außen nach innen. So und jetzt ist er fast schon fertig. Ihr seht, ist noch so leicht schlotzig, ist noch so leicht ein bisschen flüssig hier. Das reicht schon vollkommen aus. Dann habe ich hier meinen Teller. Ich mache es noch ein bisschen kleiner. Auf den Teller drauf und fertig. Dekorieren können wir nochmal mit ein bisschen mit Schnittlauch. Und fertig ist unser schönes, saftiges, schlotziges Rührei. Deine Frau. Ich mache es noch einen guten Punkt. Einmal. Do not,